. . . . . Ja, die geht's hier, xp. . 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 Es ist egal. Dann senden sie mal etwas. Okay. Für die Abwechslung. Ja, für jede Schiffsglasse. Hm. Die Haarzerstörer. Warum? Ja, weil immer so schnell zerstört wird. Ah, wir sind die Leerzerstörer. Haha, scheiße. Was? Schau dir das Balancing an, man. Wir sind 3 Zerstörer, die anderen besonnen. 2 auf Stufe 5. Ja, und wir haben 2 Flugzeugträger. Ja. Sind sie am anderen. Es ist ab und zu echt kacke, das Balancinger. Teilweise ist es echt geil. Da hast du nämlich genau das gleiche, was gegenübersteht. Aber ab und zu... Was haben wir? Ich weiß nicht. Was ist gerade los? Was ist gerade los? Ich weiß nicht. Wir gehen auf der Web. Kann man es sehen. ooh. Und du warst zu C gegangen. So, ah, hol' mir die Zorn. Dann treffen wir's wieder irgendwann. Dass wir den Charter tanken. Ejau, das ist überlebt. Was ist das überlebt schon, ey? Du musst kurz nur noch hinwegauen. Gut. 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 Schön. Ah, ich hab den Zerstörer geschleppt, aber... Bist jetzt du da der Leader, oder was? Jawohl! Ah, ich hab den Zerstörer geschleppt, aber... Egal! Was ist das für ein Zerstörer aus hier bei uns in der Welt? Nein, auch mal der Glammste, scheisse. Von Japaner. Ah, das Problem bei deiner Zerstörer ist halt die Haltung nicht groß. Jetzt sehen wir, der hat mir 8800 HP... Weißt du die Frage jetzt? Ja. Fast 50.000 oder so mit dem Schlachtschiff. Ja, sowas. Ich hab 8100 Platt. Ey, wieso hast du 8900? Was hier? Das ist 100 HP mehr. Ja, du hast die Wikis, oder? Nein, hier die Wikis. Ja. Ey, das sollst du die Wikis machen? Ja, das ist die nächste. Nein, das ist die vorige, ja. Ja. Ja, Clemson ist die Vierer. Ja, hier bleiben 3. Samson oder so warst du, glaube ich, die Erste? Mann, warum hast du schon die Vierer an? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der hat es nicht viel kostet, der ist doch gleich. Keine Ahnung, was es kostet. Nicht viel, so seht ihr es nicht mehr. Ich bin da voll am Bund. 12 Kilometer, merkts von mir, Mann. Ich werde ein Schlachtschiff holen, klar. Woll. Ich komme noch mehr, dann ziehe. Ich bin ja immer bei A. Nur gegenrische Fliegenen. Oh, da ist auch noch ein Banco. Freizei. 8 Kilometer. Oh, da ist ein Zerstörerle. 8 Kilometer. Oh, da ist ein Zerstörerle. 8 Kilometer. Aha! Zerfer! Du bist ja. Ja, ich sehe. Woll, das ist ein Zerstörerle. Und das ist ein Zerstörerle. Und das ist ein Zerstörerle. Ah, das ist schneller. Was ist? Ich gebe mir noch gerne einen Zweikampf mit dem Zerstörer, würde ich sagen. Ne, ich bin abgehauen. Boah, abgehauen. Ja, verzähl ich. So, sind wir zu viel gegner. Ehh, ein Messer abgerufen, dann sicher. Es ist über der Nex. Da hat er schon den Motorwerk verabschlössert. Wo bist du überhaupt, zieh dich gar nicht. Riecht um C, man. Hallo Luna, wir kommen uns gerade entgegössert in die Nerbelwand. Boah, zwei Drifte von deinem HP im Arsch. Ja, bei mir auch. Schlachtschiff? Ja, Schlachtschiff, genau. Aber was gibt's? Wir haben einen fucking Zerstörer, Mann. Geh mal drauf. Ja, ist doch geil. Viel besser. Das kommt ganz auf die Map drauf an, seitdem ich. Ja. Ja. Haha, lol. Die haben sich ja noch... Das ist voll im Lüsten. Ich schieße einfach so ein B mal Arsch. Ich schieße nur die richtige Beziehung. Haha. Du nimmst KB ohne W... Woah, da schießt was auf dich. Wo? Ja, der verdirte aus rechts. Ziemlich viel. Woah! Boah, dann aber. 13 Kilometer. A 10 View. Kommen wir auch nach uns. Was? 12 Kilometer. 12 Kilometer. Ah, siehst du. Schleichen wir uns hinterher. Our team has taken the lead. Ey, wir könnten ein hinterher Fahrrad. Wir versenken wir... 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 Wir flugzeug treiben. Ja, okay. Ich bin fast hin, man. Ey, doch auch. 3800 KP haben wir noch oder? Weisst du gar nichts? Ey, 3700. Da, Schlachtschiff. Da, Fukushima. Ja, super. Wyoming und dann Yogi. Da hinten? Warte mal, wo die hintere Insel ist. Da haben wir kein Süßlicher, ja. Ja. Siehst du, links untere Insel? Das sind nicht die in die Ecke sind und die wir davor haben. Ja. Wo wir genau drauf zu fahren. Dann fahren wir da hinten vorbei, oder? Ja, ja. Ja, ja. Faischer! Ja, hochschau. Ja, das ist 12 Kilometer. Da haben wir schon. Ja, das ist 12 Kilometer. Allmatt hier nicht für links. Ah, 13 Kilometer. Ja, sieh. Ja, sieh. Aber ich glaube, die Wyoming hat's auch auf uns abgesagt. Und jetzt auch. Die, die Miogi zielt... Die Wyoming erkenne ich nicht genau. Ja, die fährt uns, glaube ich, hinterher. Nein, die zieht immer Richtung unser Baumpunkt. Aber links von uns sind zwei. St. Louis und Tuma. Egal, wir sind gut getarnt. Wir müssen nur schnell genug sein, vor allem. Ja. Ich fahre nur 33 Knoten. Wieder vor. Also der Träger ist dahinter, Denzil. 36. 36 Aachen fahre ich, okay. Ja, voll Harnetür und voll Tafelos in die Fresse. Das ist leicht, wie sie zählen dabei versägen. Legst du da vorne noch einen Nerbel, wenn ich auf meinem Nerbel auf Poldau noch gefahren bin. Boah, acht Kilometer rechts vor uns, gell? Na ja, wir haben ja auch nicht geschossen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist wirklich nicht. Über Glück kann es auch noch so. Das ist wirklich nicht. Der Zild wanderschein. Ja, wow, wow, Tafel wandern, gell? Ja. 7 Kilometer. Ja. Ja. Sobald er so viel tschüss, haut er auch. Ja, wo fliegen die Füge, die Arne? Die Fügenrichtung war ja auch nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Das ist gut auch nicht mehr. Ja, das kann ja auch nicht mehr. Das ist egal, Mann. Ja, das kann ja auch nicht mehr. Ja, weil man fällt als vieles, das bessere Team aus. Ich bin voll langsam, da warst du mir voll davon. Ich weiß nicht wie schnell die sind. Ich weiß nicht, die waren 2 und 3. Da ist es, es kackt ihm. Ich weiß nicht, die sind. Okay. Ich weiß nicht, dass du wieder wohnst. Ich habe ihn ab. 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 Ich komme gleich einmal in die Wange. Ich rufe rechts, ich rufe links. Halt runter. Ja. Sau, ey. Oh yeah. Vernichtender Schlag. Vorsicht, Vorsicht. Treppe rechts. Hau der Nerbelline. Hau der Nerbelline. Jawohl, der war geil. So, jetzt wieder Nerbelline. Den Täter Säger machen wir einen. Fahren wir da links um links rum, wieder zurück oder? Ja, aber jetzt wieder Nerbelline. Ja, mein doch. Ich bin schon dabei. Lüge. Oh, da schießt was auf mich. Oh ja. Ja, und wir. Schaut rein. Schnell um mit der Umsecke. Die Zerstörer sind halt geil, weil sie zu schnell und wendig sind. Ja, aber. Dafür haben sie einen Scheißdruck. Ich weiß nicht, die gute Arschlächer kraschen, weil die sieht man nicht. Die sieht man nicht. Sie ist relativ weit, wenn sie so drüber die vier Kilometer fahren. Da wird ein Tampeter wandern. Das war es irgendwie. Wenn man schon zick-zack fahren. Nichts zick-zack. Ja, der guckt ihn auch. Ich ziehe voll nach links. Okay, der kommt. Guck von vorne. Ah! Ah! Das ist jetzt am Ende. Das ist egal. Du hast mir vorher angeschossen. Das ist die Rache. Ja, ja. Ja, die sind zu bleck, meine Flugabläufe gerade nicht dran. Hab ich schon wieder gefeist bei Uster Wichser? Puh, dann kann Uster. Wow, war es gut nachgeschossen. Genau. Mann, du waffst mit deinem. Smoke Generator started. Ah, nervig. Komm, fahren wir hinter dir. Ja, für mich noch. Oh, der schönste Saufer alleine. Komm mal, Mann. Oh, der Zerstörer. Was, Zerstörer? Wo ist der Zerstörer? Oh, sonst kann ich leiden. Wo kannst du Zerstörer? Das ist der Schlafstilfall. Hey, guys. Smoke Screen set. Äh, da ist schon ein Kreuzer, der gerade auf die Füße und... Ja. Ja, das war's für mich. Ah! Boah, der Hund. Oder der Hund, der Bader-Bomber? Ach, klar, hier. Sonst wär es wieder ablaut? Ach. Einen Rund. Ah, da ist ein Schlau. Es ist vorbei. Mach's nicht mit so ner Scheiß? Der Bader-Bomber. Ich wisse, was du vorher hast. Aber der wird gejagt. Ein kurzer Pader-Bomber? Gernot. Ah, ich schlau! Jawohl, wir sind ins Boot runtergeschossen. Boah, ich bin hier. Schlagst du mit vollem Salbe in die Fresse. Scheisse. Wenn er jetzt aber nicht abdreht, dann treffen wir einen Minuto Vöders. Scheisse, er dreht voll ab. Hey, wo ist er jetzt irgendwo? Scheisse. Oh, da ist er. Die Runde war voll kacke für mich. Kannst du voll auf mich abziehen? Ja, aber... Wieso umsatze ich auch immer Bands mit Scheisse? Aber es soll lange das sein, wenn man sich zerstören will. Ja, zerstören, da kannst du... Das Problem ist eine Runde überleben mit dem Zerstören. Das kannst du nur auf manken nehmen, aber vielleicht geht's aber sonst geht's nicht. Das ist ein paar Jahre.